Musik Musik Hey wir müssen hier schon mal wieder so ein Dings finden Ich komm ja nicht durch Ne da ist ne Wand ja Ah hier gehts weiter Wo Hier Ich sehs nicht Rechts neben dir rechts neben dir Hier Da geht ein Weg nach oben Ok Also ich folg jetzt gerade den anderen zwei Oh mir gefällt oh nein gefällt mir Ach du scheiße nein gefällt mir nicht Liebes Dings Das gefällt mir gar nicht Oh ja Aber ich würde nicht Ich würde nicht Deine Intrusion In Diese Schade Ich Ruhig gar nicht Hier ist ein Flaschenzug Ja und da oben müssen wir auf jeden Fall irgendwas machen Ich würde nicht Ich würde nicht bewegen Ich würde nicht bewegen Ich würde nicht bewegen Ich würde den Flaschenzug bewegen Ich würde nicht Ich würde nicht Ich würde nicht Die Mandeln lassen sich zum ersten mal Das sind wieder Stäbe Ok ich habe mein Stäbchen oh geil thank you thank you thank you thank you thank you für die starb ist das richtig gut ja ouch okay dicker 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 ok mein stab ist weg meine auch oder ist noch ein dicker die stäbe sind hier oben sind die stäbe ja und das muss man die Tür mache ich es kommt sowieso wieder was da rein ja aber nicht oh oh ich hab'n run oder was ach du scheiß was ist das nein nein ich hab'n das Wasser genug los ok ganz ruhig alles in Ord wo ist denn sein Kollege oh shit die sind schon oben wahrscheinlich nein ich hab'n ich hab'n nämlich das Gefühl dass die äh hier ist ein Flaschenzug ne ich weiß noch nicht mal wo du entlang gelaufen bist ich weiß auch nicht genau ja weil du nämlich vorgerannt bist ich bin nicht vorgerannt wo bist du denn ach da wo bist du denn dahinten ich bin eben ins Wasser gefallen daher weiß ich fast immer nicht mehr hier ist ein Flaschenzug aber er funktioniert schon mal nicht irgendwas blockiert ich weiß wir müssen wahrscheinlich irgendwie nach oben ich hab'n oben die Tür geöffnet ok ok das sieht zivilversprechend aus oder ne doch nicht oder doch ne also die kannst du auch nicht großartig tauchen ne ne ist nix oh warte mal ich muss mir immer ne Klimaanlage oh mir wird grade echt arschkalt ähm ja hast du grade die Klimaanlage angemacht weil die arschkalt ist nein ich hab die ausgemacht wir bewegen auf jeden Fall das Ding da oben mit dem Flaschenzug ich glaube ich hab das Maul geöffnet und den Weg geöffnet quasi dass wir da durch müssen aber die Frage ist wie kommen wir da hin kommen wir da hinten hoch ich bin nicht sicher wo wir da hoch kommen kann ich hier die Ketten hoch irgendjemand hat was aktiviert ich hab mich aktiviert ich hab mich aktiviert ok ok Wuppi finde die Lösung dein Team verlässt sich auf dich genau finde die Lösung weil du weißt ich bin der Captain oh shit also man kommt auch nicht da hoch ok ok gehen wir mal die Abfolge ab wo man jetzt lang geht also da von hier aus da hoch dann hier drauf wahrscheinlich muss man von da aus aha was dann da oben über dir ist so ein Holzding wo eine Leiter dran ist und ich glaube dieser und das müssten wir da glaube ich irgendwie können wir das nach unten was haben wir hier ist das ein Durchgang nein habe ich auch schon geguckt ach ne ach von da ist nochmal gekommen ok von da ist nochmal gekommen ja das sind nur zwei Wege die versperrt worden ähm irgendwas ist hier vor ob die anderen zwei sind schon schon durch warte mal der bewegt sich er bewegt sich er sucht noch also den Mund hast du da oben geöffnet gehe ich von aus dass ich den geöffnet habe aber wahrscheinlich wenn wir oben das Ding anmachen dann öffnet sich das andere Maul da kommt wahrscheinlich was 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 warte mal wieso kann der das jetzt bewegen äh naja du hast wahrscheinlich jetzt in die andere Richtung gemacht aber was ist passiert was genau passiert also wenn ich was drücke bewegt sich bei mir gar nichts bei der Reinhörung logischerweise würde die irgendwas runter kommen oder hoch gehen aber scheinbar ist der Flaschenzug defekt also der funktioniert gar nicht scheinbar sieht so aus aber das passiert quasi im Prinzip gar nichts die wir tätigen also der hängt hier fest und er bewegt irgendwas äh hä ich habe jetzt gerade alle Tasten gedrückt und ist das vielleicht so also hallo ich kann da nicht drauf nein leider nicht weiß nicht was ist denn jetzt ah ich glaube es braucht ein Weilchen bis das Ding äh IO doch ja das sind so tief wie möglich und jetzt şiamp rüber über mir dann steh mal der macht das Maul auf ich halte es einfach bis das nie wieder unter ja da kommt es da kommt es da kommt es check pot und abmarsch warte mal der Typ der ist da oben bei dir auf dem Dach das ist echt verwirrend was denn guck mal wo der ist ah ich weiß was er gemacht hat ja der stand oben auf dem Dach drauf ja der stand nämlich zuerst fährst du nach oben dann springst du da unten auf diese Kante wo du eigentlich drauf musst um hier hoch zu kommen da bleibst du stehen und der eine fährt das Ding wieder runter und dann kannst du auf das Dach springen okay ja gut dann machen wir das mal ne ja au ich hab mich verletzt hm 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 nun ab komm schon komm schon komm dauer ah sowas wusstest du eigentlich schon obendrauf warte noch nicht 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 ich hab jetzt gerne es holen keine Sorgen nein er fahr zu früh er fahr zu früh ah ich kann das Ding steuern ok ich muss ja nur einen nach da hoch ok hallo kiefer ok wir wollen irgendwas dann schicken wir müssen erstmal hier hoch ähm ja ja er war zu weit ja ich war auch noch nicht ach guck mal wie weit kriegst du das Ding runter so weit ok ich komm da nicht rüber kannst vergessen ich kann nicht springen was er hat's ich hab mir jetzt geht das Maul auf und er ist mit Wasser geflutet hä oh ist das belastend wir sind echt zu dämlich dafür ne zu tun wir sind einfach dämlich ach was doch sind wir blöse so in der scheiß jetzt was tut was aber ich glaube ich hätte es sogar gewusst weil ich machen muss wir brauchen diesen Spinner nicht wir schaffen das alleine ja DX was war wir gn bored wir brauchen ihn nicht wir schaffen das alleine und fällt und dann fiel er die klippe runter blüh Mist 50 50 60 im durch. Oh der Schlüssel liegt noch da. Perfekt. Schlüssel habe ich. Ich gehe davon aus, dass die Schlüssel voll hier oben ist. Wir müssen irgendwie da hoch. Dann geh doch da hoch. Ja, ich höre dir gar nicht zu. Okay, in den Raum müssen wir gleich erst. Okay, wir müssen schießen. Mit Kanonen. Nö, ne? Doch. Au! Boah, ich hasse das. Okay, das ist Proviant. Guck, dass du diese Stromviecher wegriss. Oh, oh, da kommt ein ganz großer. Ah, da. Ist das die einzige Seite, wo die sind? Ne, hier auf der mittleren Seite. Also praktisch bei mir sind die auch wartet. Das stimmt nicht. Oh, die Kraken. Wenn wir Glück haben, dürfen wir jetzt kämpfen. Das ist die nächste Seite. Ist es die nächste Seite? Ist es die nächste Seite? Ja, hier ist so ein Dingern. Ich nehme mal den Anker. Wo bist du hin? Ich bin nach oben auf dem Steck geklettert. Auf dem Mast, Entschuldigung. Ach, hier sind nochmal Kanonenkugeln. Ja. Wow. Ja. Äh. Ach, wir gehen wieder nach unten. Okay, schieß du, ich gehe mal nach unten. Ich habe mich schon gewundert. Ja, ich mich auch. Mach ich, mach ich, mach ich. Oh, das war zu tief. Er ist zu hoch. Oh, Wuppi. Wir fallen. Ich weiß, ich weiß es nicht, warum. Warum hat er es losgelassen? Man kann sagen, dass die vielleicht irgendwas ziemlich gestört haben, oder so. Oh. 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 Ich muss grad essen. Äh... Okay. Erstmal nochmal Anker. Kannst du hier irgendwo... ...wo drauf springen? Oder geht's jetzt weiter? Müsste weiter gehen, oder? Seinbar, ja. Ja. Oh, oh. Oh... Oh, fuck! Wir brauchen die Kanonen! Hm... Wenn ich gleich wieder... Ah! Scheiße, die kommen auch noch! Kümmer du dich um die Monster, ich kümmere mich um die Krake! Wie ein Monster hier drauf! Also ich bin gleich tot, ne? Ich komm nicht alleine gegen die an! Du kannst doch essen! Ja! Oh, scheiße! Hallo? Du? Du sollst probieren! Oh, Mann! Ja! Genau! Ja! Leck mich doch am Arsch! Ja! Das ist schlimm, wenn die Sniper hier rum rumbacken ist! Jetzt könnt ihr einen Stab gebraucht! Ja! Aber ich kann auch nicht angreifen! Hm... Du musst einfach nur... Das Ding da anfangen! Ich werd vergiftet! Ich werd vergiftet! Ich werd vergiftet! Ich werd vergiftet! Ah! Ich stehe unter Strom! Vielleicht kriegst du von allen Seiten Schaden! Ich weiß nicht woher! Ja, von den... Achso! Von den Viechern... Okay, ich hab keine Munition mehr! Null! Das ist die Krake, die uns Schaden gibt! Oh, fuck! Oh, fuck! Ja, wie sollen wir das denn machen? Ich hab keine Ahnung! Ich bin auch gleich tot! Ah, da ist ne Munitionsgiste! Ja, das... das bringt mir nicht sehr viel, weil äh... Für die Kleinfischer... definitiv! Nein! Ach, komm, ey! Ich bin gleich tot! Ich auch! Ich... ich hab mich grade geheilt! Und ich bin schon fast wieder tot! Das ist übertrieben, ist das jetzt gerade... Naja... Das ist bisschen... too much! Also... Ich krieg Schaden hier! Ich krieg permanent Schaden! Bist du tot? Ja, genau! Oh Gott! Ich komm wieder! Okay! Jaaa! Müssen wir mal das Ding hier, das... Smock-Ding enttöten! So, und jetzt sollten wir die Kanonen nehmen, oder? Oh! Oh! Oh, wirklich! No, nächste Etappe! Oder? Ich hab keine Ahnung, was jetzt kommt. Ja! Next. Ach, da ist er. Kanon, 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 Kanon. Ich bin dabei, ich bin dabei. Okay. Ey. Frau. Weib. Okay, sie macht den Mund auf. Oh, scheiße. Die haut mich jedes Mal hier von der Kanone weg, ne? Oh. Fuck it. Ich muss was essen. Der auf die Tentakon schießen bringt nichts. Nein. Das hat noch nie was gebracht. Aber ich hab ne edle Heldentat vor. Ich geh jetzt in die Kanone rein und du schießt mich auf den Rauch. Was? Ich kann nicht ohne. Nee. Was macht der da schon? Wow. Okay. Okay. Also, irgendwie... Du und deine Heldentaten. Okay. Ich komm noch nicht mal mehr an die Kanone dran und kann die nachladen. Okay, tschüss. Tschüss. Ich weiß nicht mal, ob man das richtig macht. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Boah, genau in die Fresserei. Nee. Oh, ist weg. Ist weg, ja. 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 Pass auf, wie ist das? So eine kleine Ratte ist das, weißt du? Okay, wir sollen zu ihr. Jetzt müsste diese Kammer sein, oder? Welche Kammer? Oder muss mir weiter nach oben? Versuch mal weiter nach oben zu kommen. Ja, aber ich habe nämlich keine Ahnung, warum ich jetzt in die Tür geöffnet habe. Ich habe den Schlüssel da benutzt, die Tür geöffnet, aber da ist nichts.